Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred, und heute gucken wir mal auf die Clankriegsliga und genauer gesagt, wie gewinnt man eigentlich die Clankriegsliga, bzw. es geht eigentlich gar nicht ums Gewinnen, denn wir sehen das schon, der Gegner hat im Endeffekt schon viel besser angegriffen als wir, wir haben schon zweimal drei Sterne kassiert, haben aber einmal einen Stern nur geholt, und wie kann man sich denn am besten organisieren, dass man zumindest das Maximum rausholt aus seinen Möglichkeiten, Moment, ich muss das Mikro mal ganz kurz ein bisschen runter machen, so. Also, es geht ja darum, aus seinen Möglichkeiten das Beste rauszuholen, ich meine, wir sind jetzt in Champions League 3, und wir wissen, dass wir uns, wir wissen natürlich, wir steigen nicht auf, das ist schon mal ganz klar, es sind auch keine Deutschen dabei, leider, muss ich sagen, das überrascht mich auch ein bisschen, es geht natürlich jetzt für uns darum, erstmal die Liga zu sichern, wir haben jetzt ja schon mal einen Krieg gewonnen, das ist schon mal nicht schlecht, das ist schon mal ein Anfang, also, wie machen wir das? Bei uns ist das ganz einfach, wir sagen, Leute, wenn du jemanden siehst, den du gerne angreifen möchtest, wir können ja mal hier drauf gucken, dann nutze doch bitte die Wartools, die zur Verfügung stehen, wir sprechen uns natürlich auch außerhalb ab, aber das ist zumindest schon mal jetzt so die erste Möglichkeit, und ich weiß, viele von euch sind vielleicht in Clans, wo es nicht so einfach ist, sich abzusprechen, deswegen auf jeden Fall der Rat, nutzt diese Wartools. Ich habe diese Nummer markiert, die werde ich gleich angreifen, hier, das ist immer wichtig, wenn du einen Clan hast, wo das möglich ist, wo die Leute alle auf einem ähnlichen Niveau sind, wo es keinen Unterschied macht, ob die Nummer 1 jetzt die Nummer 15 angreift, oder die Nummer 15, die 1 angreift, dann sind die Wartools absolut super, dann nutzt die auf jeden Fall, das ist ein wirklich super Werkzeug, um die Clankriegsliga zu organisieren, das gilt natürlich auch für den Clankrieg. Wir gehen gleich noch in den Mami-Clan, da sieht es etwas anders aus. Wenn du große Unterschiede hast zwischen der 1 und der 15, dann finde ich, sind die Wartools zwar immer noch gut, aber dann musst du ein bisschen anders vorgehen bei der Gegnerauswahl. Wie wir das da machen, das werden wir gleich sehen, ich würde auch mal sagen, wir greifen an, ich werde wahrscheinlich gleich auch noch bei den Mamis angreifen, ähm, bei meinen Angriffen ist es natürlich immer so, äh, ich will in der CWL auf keinen Fall verkacken. Also ich will keinen 1-Sterne-Angriff. Ich verzichte liebend gerne auf den dritten Stern, wenn ich dafür 2 hole. Das ist das absolute Ziel jetzt. 2 Sterne. Ich will einfach nur 2 Sterne holen. Nicht mehr und nicht weniger, bitte. Vor allem Live-Angriff, das geht eh mal in die Hose. So, was haben wir denn alles? Äh, wir haben 2 Blitze, wir haben 4 Freeze, wir haben 3 Wut, wir haben einen Gift, wir haben unseren Felsenwerfer dabei. Joach, lasst uns mal loslegen, würde ich sagen. Und dann gucken wir gleich mal bei den Mamis und dann können wir gleich wegen mir, ja, bei WTC im WTF-Clan, da sieht es eigentlich noch ein bisschen anders aus. Aber zumindest das, was ich jetzt euch erzähle, wie ihr euch denn organisieren könnt für die CWL, das kann man zumindest von, von The Return und von den Mamis auf jeden Fall übernehmen. Also zum einen für einen Clan, wo die Rathäuser alle auf einem ähnlichen Niveau sind und bei den Mamis, wo wir halt etwas größere Unterschiede haben. Aber das gucken wir uns gleich an. So, Leute. So, wir gucken. So, haben wir alles. Wo setze ich denn gleich die Gladi hin? Oh, warte mal. Die läuft nach da. Ich nehme einen Headhunter mit. Ich nehme einen Headhunter mit. Ist mir, glaube ich, ist er sicherer? Nee. Ich weiß es nicht. Ach Gott, ich bin so verwirrt. Nehme ich einen Headhunter mit oder nicht? Nee, Headhunter ist, glaube ich, blöd. Nee, wir gehen ja sowieso von hier so vor. Alles in Ordnung. Ich, ich muss einfach machen. Einfach machen. Ich will jetzt nicht zu lange rumreden. Einfach machen. Einfach machen. So. Queen nach da. So. Zack, zack, zack. Ist jetzt auch. Ja, ist okay, wo ihr hinlauft. Lauf los. Ja, du nach da. Genau. Alles gut. Gut. Äh. Ich freezele mal einmal. Der König war nämlich im Radius. Und die Gladi soll auf jeden Fall noch ein, zwei, dreimal werfen können. So, jetzt kriegt sie natürlich das Katapult ab. Ist in Ordnung. Aber sie kriegt auch die Luftabwehr. Das ist das, was ich wollte. Perfekt. So. Zack, zack, zack. Oh, ist auch noch weggegangen. Ah, die Gladi oben ist auch weg. So. König und seine Konsorten laufen da noch rum. Alles gut. Und jetzt können wir loslegen. Mit Teil zwei. So. Ähm. Nein, es ist wieder ein Hund drin. Ey, leck mich doch am Arsch. Ey, leck mich doch am Arsch. Es ist wieder ein Hund drin. Es ist wieder ein Köter drin. Das gibt's doch nicht. Es ist schon wieder ein Köter drin. Ey, das ist unglaublich. Letztes Mal war ein Köter drin. Jetzt ist schon wieder ein Köter drin. Oh mein Gott, ey. Ich hasse das ja. Ich hasse das ja wie die Pest, wenn jetzt schon wieder... Oh, Leute. Ey, mach den Köter jetzt kaputt. Los. Mann, ey. Es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Es ist schon wieder ein Köter drin. Es ist schon wieder ein Köter drin. Mann, ey. Das ist so... Das Einzige, was... Das Einzige, was du nicht willst bei einem... Bei einem Angriff mit... Mit Elektro-Drachen ist, du willst die Clanburg nicht locken. Das ist das Einzige, was du nicht willst. Du willst die Clanburg nicht locken. Und was ist passiert? Der... Der... Der König lockt noch so gerade eben die Clanburg und es kommt ein Hund raus. Der Hund ist die absolut... Das ist wirklich die... Das ist die absolut schlechteste Truppe, die du haben kannst in der Clanburg beim Gegner. Wirklich. Wenn du mit Elektro-Drachen angreifst, du willst alles in der Clanburg haben, aber keinen Hund. Aber keinen Köter. Na, egal. Wir haben die zwei Sterne geholt. Ich denke mal, wir werden den zweiten Krieg auch verlieren. Außer es passiert noch ein Wunder. Er ist trotzdem ärgerlich, ne? Also gerade eben. Der läuft da noch da. Läuft da noch rum. Da geht da noch rein. Da. Da ist er reingelaufen. Durch die Ecke. War wahrscheinlich geplant vom Gegner. Und dann... Was kommt da raus? Natürlich der Köter. Der Möter. Nein, nicht der Möter, sondern der Köter. Ja. 68%. Warden wird jetzt auch gleich das Zeitliche segnen. Ja. Was soll ich sagen? Das... Hätten mehr Prozente wären. Beim ersten Angriff war es auch so. Oh, wir haben übrigens noch einen Angriff. Von Präsidentee. Präsidentee. Ja, er macht's besser als ich. Oh, was hat er denn hier? Ein Eishund. Ein Eishund. Und die Superlarkis. Ja. Und die kümmern sich jetzt richtig schön. Oder der eine kümmert sich jetzt noch schön. Darum. Ah, jetzt seid... Ja, ja, ja. Katapult. Jetzt bist du gefroren, ne? Ja, jetzt guckst du blöd. Guckst du blöd aus der Wäsche. Und... Ja. 70%. 71%. 72%. Der Warden ist noch am Leben, aber er ist jetzt auch kaputt. Und... Und, 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 und. Das war's. Das war's. 72% von El Presidente. Das sieht natürlich schon mal sehr gut aus. Und ich würde mal sagen... Gehen's mal rüber in den Mami-Clan. Ich will nämlich gucken, ob ich da auch noch mal einen Angriff machen kann. Und ich erzähle euch, wie wir das da machen mit der Organisation. Also nochmal zusammengefasst. Wenn wir hier alles ungefähr auf einem Niveau haben, auf jeden Fall die War-Tools benutzen. Je nachdem, wo kann ich was holen, absprechen untereinander, wer kann wen angreifen. Weil es ja keinen Unterschied macht, ob ich jetzt die 1 angreife oder die 15 angreife, wenn die Dörfer eh alle ungefähr gleich sind vom Niveau. Und jetzt... Rüber. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da. Und ich muss allerdings noch meine Truppen ausbilden. Ich möchte die 10 angreifen. Ich kann ja jetzt mal sagen, wie das hier funktioniert. Hier haben wir eine weite Spanne an Rathäusern. Wir haben oben Rathaus 13. Haben aber unten nur Rathaus 8. Beziehungsweise die unteren sind bei uns meistens Rathaus 9 und Rathaus 10. Und na gut, klar. Das Matchmaking ist Mist aktuell. Es gibt ja kein Matchmaking in der CWL, aber unsere Gegner sind jetzt aktuell Mist. Wir sind zu hoch. Bedeutet, wir kriegen eh schon jetzt zu hohe Rathäuser als Gegner. Wir werden wahrscheinlich dann diesen Krieg auch verlieren. Ist aber auch jetzt erstmal egal. Wie gehen wir vor? In diesem Fall machen wir das ganz einfach. Jeder greift sein Gegenüber an. Es gibt allerdings die Möglichkeit, natürlich auch noch zu tauschen. Bedeutet, ich greife jetzt die 10 an. Wenn ich jetzt sage, die 9 liegt mir besser, muss ich halt Luis eben fragen, ob ich tauschen darf oder nicht. Weil das einfach bei so einem Clan, vor allem bei einem Community-Clan mit so vielen unterschiedlichen Rathäusern und so vielen unterschiedlichen Spielern, die einfachste Möglichkeit ist, sich zu organisieren. Und ja, das ist einfach, man schreibt eine Clan, wenn du Clanführer bist oder Vize, schreibt eine Clan-Nachricht. Lieber eine zu viel als zu wenig. Das ist echt wichtig. Und ja, es ist halt schwierig. Es ist jetzt wirklich schwierig, jetzt hier den Krieg zu gewinnen. Aber es geht in diesem Clan ja auch absolut erstmal um den Spaß. Und wir haben jetzt wahrscheinlich auch die schwersten Gegner am Anfang. Und dann werden wir wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Krieg gewinnen. Und wenn wir den einen oder anderen Krieg gewinnen, ja, wir werden nicht absteigen. Wir werden nicht absteigen. Das kann ich, glaube ich, jetzt schon mal prognostizieren. Das wird nicht passieren. Zumindest bin ich da sehr optimistisch, dass das funktioniert. Weil wir auch sehr viele 13er eigentlich haben. Oh, den nehmen wir mal mit. Das Problem ist eigentlich auch unten, in den unteren Regionen haben wir halt auch sehr viele niedrige Rathäuser. Hätten wir jetzt unten noch ein paar 12er mehr oder ein paar 11er zumindest, wäre es einfacher. Aber es ist ja halt, wie gesagt, ein Community-Clan. Und bei einem Community-Clan darf ja jeder rein. Das ist ja für die Member zumindest jetzt. Und deswegen vielleicht auch nochmal verständlich, dass wirklich nur die Member die CWL machen. Denn wenn ich jetzt, dann haben wir zumindest wiederkehrende Leute. Wenn ich jetzt wirklich jedes Mal wieder offen für alle stellen würde, das wäre ja eine absolute Wundertüte. Dann könnte es ja sein, dann kommen ja wirklich nur niedrige Rathäuser rein und wir verlieren echt jeden Clan-Krieg haushoch. Das macht doch dann für euch auch keinen Spaß. Also, wenn wir jetzt wirklich jeden Clan-Krieg haushoch verlieren, also dann fragt ihr euch doch wahrscheinlich auch, warum bin ich jetzt in diesen Clan reingegangen? Das macht ja überhaupt keine Laune. Deswegen, also ein bisschen Konstanz muss jetzt bei der CWL auf jeden Fall da sein. Nach der CWL stelle ich ja wieder auf offen für alle. Und wenn ich dann auf offen für alle stelle, dann kann ja auch jeder wieder reinkommen und dann können wir wieder zusammen spielen. So, ich nehme jetzt hier den mal eben noch mit. Ich will unbedingt noch das Dunkle haben. Elex hat da ja auch noch ein bisschen... Ja, der fährt jetzt ein bisschen schräg leider. Der fährt jetzt leider ein bisschen schräg, ist aber in Ordnung. So, zack, 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 zack. Ich muss die Truppen sowieso noch alle verbraten. Die Zauber können wir erstmal lassen. Die Helden würde ich ganz gerne noch aufsparen. So. Weiter. Einen Zauber können wir aber noch setzen. Ich habe da... Habe ich da Lunes drin? Nein. Yeti und so weiter habe ich da drin. Gut. Kriegen sie das Rathas noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie kriegen das Rathas nicht mehr. Aber warte hier, die kriegen das doch. Warte, haben wir das Problem noch auch gelöst? Kriege ich nämlich den Bonus noch aus Champions League? Ja. So. Und jetzt gucken wir mal eben nach. Ja, sie holen sich noch ein bisschen Elex. Ist in Ordnung. Wenn wir das Dunkle jetzt nicht mehr gekriegt, kriegen wir noch ein bisschen Elex. Ist auch in Ordnung. Das Gold noch eben. So. Und 37%. Absolut in Ordnung. Wir müssen jetzt mal gleich gucken, dass wir irgendwas ausgeben wieder. Und zwar... Was gebe ich aus? Wo bin ich? Ich gucke mal. Äh... Warte, wir fordern erstmal an. So. Für die CWL. So. Was habe ich denn? 11 Millionen. Äh... 11 Millionen. 11 Millionen. 5,4. 5,4. So. Und... 2,3 Millionen Gold. Ähm... 2... Oh, da. 3,6. Dann kann ich eine Bombe machen. Dann muss ich nochmal was bauen. Okay. Kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Zack, zack, zack. Und da würde ich mal sagen, gucken wir mal eben ganz kurz auf unsere Zauber. Da muss ich natürlich die mal eben wechseln. Äh... Der muss weg. So. Und einer davon muss auch weg. Was haben wir jetzt noch? Ich brauche ein Gift. Äh... 1, 3 ist noch. Okay, jetzt passt's. So. Das sind unsere Zauber. Truppen... Äh... Lalalalalalalala. Zauber sind da. Truppen sind da. Alles okay. Ich nehm trotzdem mal einen Heldentrank mit. So. Kurzer Cut. 2 Sterne auch leider das Ziel. Der Gegner ist echt stark. Muss man sagen. Der ist wirklich stark. 2 Sterne. Wir probieren es. Kurzer Cut. Und... Bis gleich. Okay, wir sind wieder da. Und natürlich die 30, die 29 und die 28 haben keinen Stern. Bedeutet, ich könnte da auch einen angreifen. Ich will aber eigentlich noch ein bisschen warten. Warte mal. Kriegsinfo. Mein Team. Auch immer ganz sinnvoll, wenn unter dir halt noch so ein paar Angriffe frei sind. Also zum Beispiel jetzt hier vor allem die 20... Äh... 22, 23 und so. Moment. Da schreibe ich doch direkt mal eine Klannachricht. Das ist immer ganz gut. Also. 20... Ah, warte. Welche waren das jetzt? Mein Team. Äh... 20, 23, 24. Merkt euch das mal. Unsere Nummer 20, 23, 24 bitte ganz unten angreifen, wo keine Sterne sind. So. Das kann helfen. So. Jetzt haben wir das gleich fertig. Neun Stück. Das gemmen wir jetzt mal eben. Und dann kann es loslegen. Äh, kann es loslegen. Kann es losgehen. Äh... Machtdrang brauche ich nicht. Helden sind ganz gut dabei. Es wird... Es wird... Hoffentlich wird es kein Massaker. Hoffentlich wird es kein Massaker. Warte mal. Ist das der Richtige? Ich gucke immer einmal nach. Das ist auf jeden Fall der Richtige. Und jetzt so drauf. Wir haben immer geguckt. Wie lange geht das Radius von dem Katapult? Ah, ist in Ordnung. So. Ich habe nur eine Belagerungsmaschine. Wir brauchen nur eine Belagerungsmaschine. Und auf. Los geht es los. Eins, zwei, drei, vier. Ah, natürlich das Radhaus erwischt. GG. Das war nicht geplant. Oh, no. Das war nicht geplant. So, wir räumen jetzt da schon mal so ein bisschen auf. Dass die gleich hoffentlich in die Mitte reinlaufen. Das wäre natürlich super. Das würde ich auf jeden Fall feiern, wenn das passiert. Komm, einmal noch schlagen. Ja. Braves Päckermädchen. Brav. So, eins, zwei, drei. Adlerdiv. Adlerdiv. Wo ist die Adlerdiv? Ja, sie laufen sogar schon in die Mitte rein. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Was wir natürlich wollen. Wir wollen, dass unsere Truppen bis zur Mitte durchkommen. Wo ist der Warden? Warden. 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 Ja, die kommen aber durch. Die kommen durch. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Sie kommen durch. Sie werden es schaffen. Sie werden es schaffen. Ich kann den Warden trotzdem zünden. Oh, das läuft doch sogar. Es läuft besser, als ich erwartet hatte. Ja, es läuft besser, als erwartet. So, der Stern ist nämlich am Start. Ach, der Yeti. Wo kommst du denn her? Kleine Frott. Wo hast du die denn versteckt? Kriegen sie noch das Katapult? Das Katapult ist auch weg. Schönes Ding. So, Königin noch. Kümmert sich um die Adlerdiv. Ja. Im Endeffekt. Keine drei Sterne. Ich hatte es gesagt. Wir gehen auch nicht auf drei. Aber ansonsten. Absolut im Rahmen. Absolut im Rahmen. Königin ist jetzt auch weg unten von mir. Ja. Man muss auch mal mit zwei Sternen leben können. Es sind zumindest zwei solide Sterne. Und ich habe es gesagt. Wenn ich jetzt noch hätte tauschen wollen, hätte ich tauschen können. Immer mal eine Klarnachricht schreiben. Lieber eine zu viel als zu wenig. Und dann ansonsten wirklich die einfachste Möglichkeit. Immer den Gegenüber angreifen. Wenn du halt einen Clan hast, wo es wirklich sehr große Unterschiede gibt beim Rathaus. Dann ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Boah, das hätten sogar noch mehr werden können. Hätte ich das Rathaus nicht aktiviert. Ist natürlich jetzt immer so ein bisschen Spekulation. Was wäre gewesen, wenn. Aber ja, der Warden könnte sich vielleicht gleich nochmal beteiligen und irgendwas kaputt machen. Aber naja. Wir kennen ihn ja. Er ist jetzt nämlich gleich kaputt. Ja, nämlich jetzt ist er kaputt. Ja, ja. So kennen wir unseren Warden Fratz. So kennen wir ihn. 90 sind noch drin. 90 sind noch drin. 88. Komm. Komm. Komm, die Kanone noch. Oh, 90. Mehr sogar noch. 91. Da unten sogar vielleicht auch noch. Das Lager. 92. Ah, es war sogar nochmal knapp eigentlich, ne. 92. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. 92 Prozent. Da bin ich auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da bin ich wirklich sehr zufrieden. Ja, es war. Der Knackpunkt war, glaube ich, echt das Rathaus. Der, äh, der Erdbeben war wieder mal nicht gut gesetzt von mir. Hätte ich das hinbekommen, vielleicht hätten wir es eher noch hingekriegt. Weiß ich nicht. Vielleicht hätten wir es hingekriegt, noch mehr zu holen. Aber ey, egal. 93 Prozent. Kann ich mitleben. Wir verlieren den Krieg sowieso. Ich habe die Klarnachricht geschrieben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ähm. Und natürlich, ganz wichtig, die Leute zu motivieren, anzugreifen. Das kann man auch sehr schön mit einer Klarnachricht machen. Denn wir sehen das jetzt hier. Wir haben fast alle Angriffe benutzt. Und das ist für einen Community-Clan ist das schon echt gut. Wer hat nicht angegriffen. Harry. Harry und Janni-Boy. Ja, die muss ich eigentlich mal tauschen. Wenn sie jetzt nochmal nicht angreifen sollten. Da müsst ihr auch immer ein Auge drauf halten. Äh, Auge drauf haben. Wo ist der denn? Das Problem ist, Harry ist schon raus. Janni-Boy ist auch schon raus. Das Problem ist, Matthias möchte ich auch nicht unbedingt dabei haben, wenn es nicht sein muss. Weil er auch selber keinen Bock drauf hat. Auf die CWL. So. Deswegen würde ich mal sagen, sind wir am Ende von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Das ist ganz wichtig, Leute. Denn sonst seht ihr meine Videos nicht. Wenn ihr die Glocke nicht aktiviert. Also, auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Und dann wünsche ich euch noch erstmal einen schönen Tag. Wir sehen uns aber nochmal wieder. Bis später. Macht's gut. Tschüss.